BR 2018 Frank Hab ich gewonnen Um Ihren Freund zu retten Er braucht eine neue Leber Ich weiß, das klingt schrecklich Ist aber leider so Wie siehst du denn aus? Wurdest du von den Simpsons adoptiert? Simpsons Wir müssen sie alles geben Wir müssen Dennis aus dem Knast holen Das ist unsere einzige Chance Frank zu retten Das ist der ausbruchsicherste Knast in ganz Pott Aber doch nicht der einbruchsicherste Tja, sieht so aus, als bräuchten wir ein neues Hauptquartier Tada! Du hast, du hast, du hast das Volte Superhelden Tag! Ich schau beim Meeting im Elften Superhelden Ihr braucht meine Hilfe Du hast, du hast, du hast das Volte Das fliegende Auge Superhelden Superhelden Ihr wollt, dass ich meine Autorität als Erziehungsberechtigter an den Nagel hänge und mit euch in den Mist verbocke? Mhm Glaubt ihr wirklich, dass ich es gut finde, dass ihr euch gegen alles und jeden auflebt anstatt einfach mal auf dir wachsen zu hören und euch an Regeln zu halten? Mhm Ja gut, ich bin dabei Mich interessieren ihre Scheißvorschriften nicht Sie dummes Arschloch Wir haben Dennis reingebracht und wir holen ihn noch wieder raus Ich rette mit Ja für alle Alle für alle Alle für alle Forschblatt Krokodile dran Findest du das cool? Wieso? Weil du den Stift die ganze Zeit falsch rum im Mund hältst Ihr größtes Abenteuer beginnt im Januar 2011 Der Der Untertitelung des ZDF, 2020